Ja, liebe Facebook-Freunde, wir melden uns hier. Hier sind wir vom zweiten US-Karteffen hier im Forum Stein. Ich darf euch den Rüdiger vorstellen. Hi Rüdiger, was hast du vor uns dabei? Das ist eine 91-Komponter-Aquai-Wort, 3,1 Liter V6 im Total-Chaos-Fürde. Ja, wirklich schönes und seltenes Fahrzeug. Freut mich, dass du dabei bist. Ich melde mich in Kürze dann nochmal mit einem weiteren Highlight und viel, viel Spaß bei der Veranstaltung. Dankeschön.